Hallo, vorweg will ich euch Leuten da draußen mitteilen, dass ich wirklich ein extrem wichtiges Anliegen haben muss, um ein YouTube Video zu kreieren, obwohl ich weiß, dass es so gut wie niemand sehen wird. Ich erlaube als Urheber dieses Videos jedem, es sowohl zu teilen, als auch beliebig zu vervielfältigen. Ich werde alle meine Quellen in der Videobeschreibung verlinken, ich werde versuchen mich präziser auszudrücken und ich bitte euch, dieses Video vollständig anzusehen. Danke. Also, was ist mein Anliegen? Ihr alle kennt den Kanal MyLab. Konkret geht es um ihr letztes Video namens Corona hat meine Meinung geändert. Hochgeladen am 8. Oktober 2020. Spoiler! An ihrer Meinung hat sich gar nichts geändert. Das Video ist wirklich so peinlich, dass es mich sogar tatsächlich geschafft hat zu überraschen. Aber was meine ich damit genau? Nun lasst mich mit dem Anliegen ihres Videos anfangen. Ihr Anliegen ist, dass sie festgestellt hat, dass regierungsunkonforme Wissenschaftler auch über Internetzugang verfügen. Und das sprengt offensichtlich ihren Verstand. Das gefällt ihr nicht. Sie möchte zwar generell mehr Wissenschaft in den Medien haben, aber natürlich nur von den richtigen Wissenschaftlern. Meine Frage an dieser Stelle an Mai ist, was genau an deiner Meinung hat sich hier geändert? Denn diese Ansicht kommunizierst du auf deinem YouTube-Kanal nun schon seit geschlagenen vier Jahren. Was mich an Leuten wie dieser Frau stört, ist, dass sie meinen, es gebe immer die eine glasklare objektive Wahrheit zu jedem Sachverhalt, die auch gefälligst unverzüglich von jedem einzusehen wäre. Selbst wenn es sich dabei um die Verhältnismäßigkeit bezüglich spontan beschlossener Verordnungen handelt. Und genau diese Leute empören sich dann, wenn andere Mitmenschen, für die diese wissenschaftlichen in Anführungszeichen Fakten nicht unverzüglich klar sind, ist auch nur wagen zu sagen, warte mal, nicht so schnell. Besonders was daraus resultierende politische Entscheidungen angeht. Selbst wenn diese Mitmenschen renommierte Virologen sein sollten. Und genau aus diesem Grund kommt diese junge Dame so unglaublich hochnäsig und arrogant für mich rüber. Wie jemand etwas nicht so sehen kann, wie ein Christian Drosten, das ist für sie vollkommen unverständlich. Also ich muss schon sagen, ich als Ausländer finde Deutschland schon ein wenig amüsant. Denn wenn ich hierzulande den Fernseher anschalte, sehe ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine zwangsfinanzierte YouTuberin, welche bei der Tagesschau als Nicht-Virologin die Corona-Lage in Deutschland kommentiert, indem sie den Zuschauern Nachhilfe in Ethik gibt, indem sie für jeden zu Hause noch einmal wiederholt, was solidarisch ist und was nicht. Glaubt mir, wenn ich euch sage, sowas gibt es in anderen Ländern, nur bei Privatsendern. Der Grund, aus dem ich Mai so wahrnehme und dies hier auch öffentlich kommuniziere, ist nicht der, sie als arrogant zu beleidigen, sondern tatsächlich der, dass ich überzeugt davon bin, dass sie es auch tatsächlich ist. Mindestens ein bisschen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Kommen wir zurück zu ihrem Video. Das Video geht 17 Minuten. Alles, was sie in diesem Video über Dr. Bakhti behauptet, ist, dass er generell Falschinformationen über die Corona-Pandemie verbreitet. Nicht ein einziges Mal in diesen 17 Minuten benennt sie auch nur eine dieser Falschinformationen. Sie will auf wirklich nichts eingehen. Die Begründung dafür ist die übliche. Man will diesen Leuten mit ihren Falschinformationen keine Reichweite bieten. Nicht mal, um sie zu widerlegen. Dieses brillante, methodologische Vorgehen hat sie sich wahrscheinlich bei ihrem Kollegen Harald Lech abgeschaut. Es gibt nur einen einzigen Grund, aus dem ich ihr diese Begründung nicht abkaufe. Sie erwähnt in demselben Video sowohl Dr. Bakhti als auch seine Frau Dr. Reis bei vollem Namen. Ja, sie erwähnt sogar den Titel ihres gemeinsamen Buches Corona-Fehl-Alarm, welches Spiegel-Bestseller Platz 1 ist. Wenn sie also etwas in diesem Video tut, ist es gerade Dr. Bakhti und seinen Falschinformationen Reichweite zu bieten. Ich denke, sie hat einen völlig anderen Grund für ihr Handeln. Ich denke, dass sie nicht auf seine in Anführungszeichen Falschinformationen eingeht, weil sie keinen blassen Schimmer von Virologie hat. Denn wie sich herausstellt, ist sie keine Virologin. Immer noch nicht. Es geht also in dem Video mal wieder nur um was. Diffamierung. Vorweg ist es wichtig zu verstehen, dass bei Diffamierung auf einer moralischen Ebene argumentiert wird. Die zu diffamierenden Leute liegen eben nicht nur falsch, wobei in diesem Fall nicht mal erklärt wird, warum sie falsch liegen, sondern sie sind zusätzlich unsolidarisch und sogar zu gefährlich, um auch nur über ihre Ansichten zu reden. Diffamierung suggeriert somit nicht nur, dass sich jemand irrt, sondern auch, dass dieser jemand schlechte Intentionen hat. Dr. Bakhti liegt also nicht nur falsch, er ist auch noch böse. Dies wird besonders durch den strukturellen Aufbau des Videos deutlich. 17 Minuten lang geht es darum, Vergleiche zu irgendwelchen renommierten Wissenschaftlern der Vergangenheit zu ziehen, die im Laufe ihrer Karriere auch rassistisches, antisemitisches und sexistisches Gedankengut hatten. Und da habt ihr auch schon die ganzen Schlagwörter. Es wird stark darauf aufmerksam gemacht, dass sich Fachschaften, Hochschullehrer und der Dekan der medizinischen Fakultät der Uni Kiel von ihm distanziert haben. Die Person, mit der ich am liebsten hier diskutiert hatte, war der Dekan der Fakultät, der geschrieben hat, was Frau Reis und Herr Bakhti tun und sagen, ist gegen die Meinung und gegen das Wissen der Experten international. Ich freut mich immer, was ist hier gegen welches Wissen? Wer sagt etwas anderes, mögt das auf den Tisch bringen. Und dann lass uns das diskutieren, mein Gott. Wir sollten als Wissenschaftler zusammenkommen und nicht einfach die anderen, der ist schon ein alter. Das geht nicht. Es geht um zu viel jetzt. Es geht um zu viel. Und es wird, mal wieder, nur über jemanden gesprochen. Nicht mit ihm. Hat man auch nicht vor, denn ihr wisst ja, Falschinformationen und so. Und ich frage mich an dieser Stelle einfach nur noch, wie solche Leute es dem Publikum dann auch verübeln können, wenn es der Ansicht ist, dass derjenige, der permanent vor dem Diskurs flieht, die Debatte verloren hat. Was ist mit Meinungsvielfalt bezüglich politischer Entscheidungen, Informationsaustausch, Diskussionskultur und Diskursethik passiert? Wovor hat man solche Angst? Ihr glaubt doch, dass ihr Recht habt. Also wo liegt das Problem? Könnte es vielleicht sein, dass Dr. Bhakti, Reis, Wodak, Ioannidis und wie sie alle heißen, irgendwo vielleicht doch Recht haben? Was wenn? Das ist alles, was ich wissen will. Was wenn? Ziehst du sie dann zurück, deine großspurigen Behauptungen? Und was wird dann aus deinem Bundesverdienstkreuz, welches du dafür bekommen hast, zwei YouTube-Videos hochzuladen, in denen du nichts anderes tust, als der Regierung Recht zu geben? Mit der derzeitigen Verleihung der Bundesverdienstkreuze tut die Regierung nichts anderes, als sich indirekt selbst auf die Schulter zu klopfen. Nur kurz nebenbei. Die hohen Aufrufzahlen von MyLabs Videos entspringen nicht der alleinigen Nachfrage. Genauso wenig, wie es die YouTube-Trends tun. Die YouTube-Trends entstehen aus einem intransparenten Algorithmus, welcher gewisse Inhalte bevorzugt und durchsetzt, während er gleichzeitig andere Inhalte verdrängt. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine Tatsache. Vor allem englischsprachige YouTuber haben in Experimenten festgestellt, dass auf YouTube eben nicht für alle die gleichen Regeln gelten. Aber warum ist das so? Hören wir uns dazu YouTubes Hauptgeschäftsführerin Susan Wojcicki an. Die YouTube-CEO gab 2018 in einem Interview bekannt, dass der Algorithmus nicht nur ausgewählte Entertainment-Inhalte wie Late-Night-Shows favorisiert, sondern auch Nachrichten aus in Anführungszeichen autoritativen Quellen. Nachrichten durch Autoritäten. Wer sind diese Autoritäten? Ganz einfach. Susan Wojcicki meint dazu, Autoritative Quellen sind die von uns mit Algorithmen zu autoritativen Quellen erklärten Quellen. Welche Kriterien dabei eine Rolle spielen, bleibt natürlich geheim. Dreimal dürft ihr raten, wer diese autoritativen Quellen in Deutschland sind. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, inklusive die Angebote von Funk, von dem auch der Kanal MyLab teil ist. Aus diesem Grund landete ihr Video Corona geht gerade erst los. Aus Anfang April diesen Jahres sofort nach 7 Stunden direkt auf Platz 1 in den Trends und erreichte nach den ersten 24 Stunden 1,1 Millionen Aufrufe, verblieb tagelang auf Platz 1 und wurde jedem, der die Seite YouTube.com in Deutschland innerhalb dieses Zeitraums aufrief, direkt in sein Gesicht geworfen. Dr. Bhaktis Video Corona-Krise, offener Brief an die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakti aus Ende März diesen Jahres, in dem er nur kritische Fragen an die Regierung bezüglich der Corona-Maßnahmen stellt, hatte ebenfalls nach nur 24 Stunden über 1,1 Millionen Aufrufe. Der Unterschied zu MyLab ist jedoch, sein Kanal ist keine autoritative Nachrichtenquelle. Folglich war sein Video nicht in den Trends. Nicht auf Platz 1, nicht auf Platz 5, nicht auf Platz 25. Es war überhaupt nicht in den Trends zu sehen. Zu keinem einzigen Zeitpunkt. Noch ein Beispiel. Kurz nach Dr. Bhaktis Video erschien Anfang April ebenfalls ein Video des MDRs, in dem über Dr. Bhaktis Video, welches, obwohl es nie in den Trends war, mittlerweile Bekanntheit erlangt hatte, geredet wurde. Darin wurden seine Bedenken für unbegründet erklärt. Dieses Video des MDRs landete mit nur 90.000 Aufrufen nach den ersten 24 Stunden sofort auf Platz 3 in den Trends. Also praktisch direkt unter MyLabs Video. Versucht ihr mal mit nur 90.000 Aufrufen nach einem Tag, Platz 3 in den Trends zu erreichen, ohne Teil der Rundfunkanstalten oder Netzwerke zu sein. Vergesst es. Es wird nicht passieren. Nochmal zusammengefasst. Eine einfache junge Wissenschaftsjournalistin ist auf YouTube bezüglich Corona eine autoritative Nachrichtenquelle. Ein Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie mit langjähriger Berufserfahrung ist auf YouTube bezüglich Corona keine autoritative Nachrichtenquelle. Den Menschen ist offensichtlich jedoch noch nicht bewusst, was das alles konkret bedeutet. Das bedeutet erstens, dass die YouTube-Trends nicht der tatsächlichen Nachfrage entsprechen. Sie sind manipuliert. Zweitens, das hier sind keine ehrlichen Zahlen, auch wenn die ARD mit ihnen öffentlich prallt. Sie entstehen durch manipulierte Algorithmen, Videoempfehlungen und massenweise Werbung. Und drittens, YouTube ist schon lange keine neutrale Kommunikationsplattform mehr, welche sie vorgibt zu sein, sondern sie erfüllt mittlerweile ganz klar die Funktionen eines Herausgebers und einer Redaktion. Genau deswegen haben die sozialen Netzwerke auch mittlerweile Probleme mit dem US-amerikanischen Gesetz, nämlich mit dem dort geltenden Communication Decency Act. Denn sie zensieren und löschen systematisch die Stimmen Andersdenkender, obwohl ihre Aussagen zweifellos von der Rede bzw. Meinungsfreiheit gedeckt sind. Darunter übrigens auch einen Dr. Bhakti. Sie haben das vor wenigen Wochen auch in einem Video gesagt für einen Ärztekongress in Budapest. Und dieses Video wurde ins Internet gestellt und wurde umgehend wie viele andere Videos wieder gelöscht. Was ist da los? Ja, das hat mich auch überrascht, denn ich habe in diesem Video nichts Unanständiges gesagt. Ich habe noch versucht zu erklären, warum eine Impfung sinnlos ist für Menschen unter 70. In diesem Vortrag habe ich das nochmal so erklärt, dass ich glaube, jeder das verstehen wird. Und siehe da, sofort wird das Ding gelöscht. Und wenn das nicht so ernst wäre, wäre es nahezu lustig. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe seitdem drei weitere Videos, Aufklärungsvideos, auch über die Impfung gemacht, die sind alle gelöscht worden. Und ich habe letzte Woche, als die letzte gelöscht wurde, dann eine Verwarnung bekommen. Ich darf jetzt also meinen YouTube-Kanal nicht mehr verwenden. Und zwar eine Woche ist es also geplockt. Das hat uns aber zu denken gegeben, dass das, was ich sage, vielleicht gar nicht so verkehrt ist und nicht erwünscht ist, dass die Menschen das erfahren. Es ist von extremer Wichtigkeit, dass die Menschen endlich eine Sache verstehen. Die Informationen, die ihnen zugänglich gemacht werden, sind subjektiv ausgesucht. Sie sind Handverlesen. Handverlesen. Das Recht auf Meinungsfreiheit kann man im Internet de facto nicht mehr umsetzen. Durch Infobereiche, die unter YouTube-Videos angezeigt werden und Faktenchecks von angeblich unabhängigen Faktencheckern, die man zuerst manuell wegklicken muss, um einen Internetbeitrag überhaupt sehen zu können, wird die Bevölkerung bevormundet. Dadurch, dass unser Zugang zu Informationen im Internet, in dem mittlerweile ein Großteil unserer Kommunikation stattfindet, manipuliert wird, herrscht eine Art Infokrieg. Leute werden systematisch zensiert und gelöscht. Das ist nichts anderes als digitale Bücherverbrennung. Aber das alles ist Mai nicht genug. Denn dass Regierungskritiker schon auf die zahlreichen, zuvor beschriebenen Methoden mundtot gemacht werden, reicht ihr offenbar noch nicht aus. Sie verlangt in ihrem Video eine zusätzliche Zulassung für Wissenschaftskommunikatoren. Eine Zulassung. Sie gibt selbst zu, dass sie nicht weiß, wie das umsetzbar sein soll, aber das hindert sie nicht daran, es einfach so nebenbei als gute Idee zu verkaufen. Studiert zu haben und letztendlich zum Doktor der Medizin promoviert zu werden, ist in Zukunft dann wohl nicht mehr genug. Zusätzlich müssen die vertretenen Ansichten regierungskonform sein, um sie öffentlich kommunizieren zu dürfen. Ich denke, ich lehne mich an dieser Stelle nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass diese Frau über totalitäres Gedankengut verfügt. Mai, wie soll so ein Zulassungsverfahren aussehen? Und wer wird über die Zulassungsvoraussetzungen entscheiden? Du, Harald Lesch und Christian Drosten? Danke, aber nein danke, denn ich verfüge über ein Grundkonzept von Freiheit. Nur um eines letztendlich klarzustellen. In diesem Video geht es überhaupt nicht darum zu klären, wer in dieser Debatte recht hat. Deswegen tätige ich bezüglich Covid-19 selbst hier auch keine einzige Behauptung mit Wahrheitsanspruch. Mich stört an dieser Debatte einzig und alleine nur, dass sie fast gar nicht stattfindet. Und wenn doch, sie dann auch noch stark von Diffamierung geprägt ist. Und das wird sich auch nicht ändern, bevor nicht manche Leute aufhören, sich dazu zu erdreisten, auf YouTube Wahrheitsministerium zu spielen. Das wird sich erst ändern, wenn wir zum Beispiel einen Dr. Drosten mit einem Dr. Bhakti an einem Tisch sehen. Von mir aus auch mit MyLab. Die Nachfrage nach einer Diskussionsrunde zwischen Spahn, Drosten, MyLab, Bhakti, Wodak und Streeck ist überwältigend. Wieso findet so etwas nicht statt? Und dann lass den Zwang des besseren Arguments entscheiden. Aber es war von Anfang an klar, dass so etwas nie passieren wird. Und das halte ich für ein Problem. Gerade in den letzten zwei Wochen haben wir eine Reihe von Interviews geführt. Das ist jetzt die kleine Öffnung. Die Großen, die machen das nicht. ARD, ZDF, etc. Und werden es wahrscheinlich nicht machen. Da kommen diese Faktenchecker, die überhaupt keine Ahnung haben. Gar keine Ahnung. Ich meine, was sind das für Leute, die mir sagen, das ist irgendwie ein Fach, das ich mein Leben lang gelebt habe. Dann brauchen sie mir nicht anfangen, Unterricht zu geben. Und die Tatsache, dass sie das tun, macht sie unglaubwürdig. Ich glaube nicht nur für mich. Verlangt die offene Diskussion mit den Politikern und mit den Wissenschaftlern von der anderen Seite. Damit wir zusammenkommen und das Ganze mal vernünftig besprechen können. Sie müssen ihr Recht verlangen. Ihr Recht ist etwas, was vielleicht sie und ihre Kinder und auch ihre Eltern gefährdet, offen diskutiert wird. Wissenschaftlich. Nicht mit einfach, ah, das ist alles Unsinn. Wenn man der Ansicht ist, dass dieser Mann so extrem falsch liegt, dann sollte man auch in der Lage sein zu erklären, womit er falsch liegt. Aber das ist offensichtlich für jemanden mit Mundesverdienstkreuz zu viel verlangt. Lieber redlicher Mitstreiter, wenn die Angelegenheit mir nicht so wichtig erschien, würden wir jetzt nicht miteinander sprechen. Es geht nämlich um etwas, was für mich ein Wunder ist. Und zwar vor sechs Tagen erschien eine Erklärung, unterzeichnet von einigen der wichtigsten, angesehensten Wissenschaftlerinnen und Ärzten der Welt. Und Professoren aus Stanford, Universität, Harvard und Oxford, darunter auch ein Nobelpreisträger, haben eine Erklärung zu dieser Covid-Krise verfasst, die mir einfach die Sprache verschlug. Denn, und ich war nicht eingebunden in diese Angelegenheit, Sie und eine ganze Reihe von anderen Professoren aus hauptsächlich, ich muss leider sagen, Amerika und England, sonst nicht. Nicht aus der Schweiz, nicht aus Deutschland, nicht von Festland Europa, und das ist beschämend, haben in Kürze gesagt, dass sämtliche Maßnahmen, die zur Eindämmung dieser Pandemie, Covid-19, verhängt wurden, unverhältnismäßig sind und sofort aufzuheben sind, zum Wohl der Menschheit. Und Sie haben aufgerufen, dass alle, die mit diesem Aufruf einverstanden sind, den Aufruf Declaration, Erklärung, unterschreiben. Ich habe es natürlich sofort getan. Genau, da kann man die verschiedenen Sprachen, wie ihr seht, das ist natürlich sehr wichtig. Ihr könnt das auf die ganze Welt weiterleiten, ich werde natürlich den Link posten in der Beschreibung. Ich gebe das jetzt auch schnell in den Chat. Und ihr habt da ganz klar die Möglichkeit, das zu lesen, auch auf Deutsch, und dann wird das erklärt. Und dann könnt ihr da oben diese Deklaration unterschreiben, da draufklicken, und dann habt ihr die Möglichkeit, das zu unterschreiben. Und ihr seht da, es hat schon sehr viele, ihr seht da Medical Public 6.895, und dann haben wir 14.000 und General Public 2.000. Und das steigt minütlich. Ich kann nur dazu aufrufen, ich meine, diese Geschichte läuft seit sechs Tagen und Sie haben schon ein Viertelmillion. Roger sagte, wenn wir einsteigen und unsere Mitstreiter, so möchte ich sie alle nennen, unsere redlichen Mitstreiter unterschreiben, dann können wir diese Zahl binnen Tagen verdoppeln. Wir. Auf Festland Europa, in Deutschland und der Schweiz. Denn mit dieser Erklärung wird das Team und zu diesem Team, ich gehöre nicht zu den Gründern, versteht ihr ja, das ist völlig unverhofft gekommen. Aber diese Experten sagen das, was meine Frau und ich versucht haben, seit fünf Monaten zu sagen, auf unsere Art und Weise, wir haben einfach ein Gefühl der Dankbarkeit, dass dieses passiert ist. Und wir denken, das Beste, was passieren kann, ist, dass wir jetzt mit dieser internationalen Bewegung nach vorne gehen, vereint, vereint mit Leuten um die ganze Welt jetzt. Und sie möchten, sie sollten unbedingt dabei sein. Also unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben und teilen. Damit würden wir als Deutsche, als Schweizer, als Österreicher und alle, die hier zugeschaltet sind, unsere Pflicht endlich erfüllt haben. Wenn diese Menschen sagen, wir haben eine Million Unterschriften aus der ganzen Welt, da können die Regierungen nicht mehr einfach den Kopf drehen und sagen, das sind Spinner, Verschwörer und vor allen Dingen Leute, die keine Ahnung haben. Das können sie bei mir sagen, weil ich in Rente bin. Aber diese Menschen, die jetzt unterschrieben haben, sind nicht in Rente. Sie sind die Leiter der angesehensten Institutionen für Epidemiologie, Medizin, Infektionskrankheiten der Welt. Und da kann sogar Frau Merkel, kann Herr Spahn, kann Herr Dossen, wäre nicht durchgekommen in einer Prüfung bei Ihnen, das sage ich Ihnen ganz offen, Herr Wiele sowieso nicht. Also helfen Sie, dass endlich Vernunft und Gerechtigkeit einkehrt.